habe ich denn keine anderen raketen mehr ich habe nichts mehr toll ich töne dich mit nichts als der orbit dingsbumskugel ich töne dich mit nichts als solchen kleinen bellen zeitlupe verschossen du bist doch kacke so kommst du da mal raus ach weißt du was ich hau einfach ab langere führen an die oberfläche so war doch ganz einfach war doch ein kinderspiel obwohl warten wir nicht hey da liegen silberbahn wenn ich danach eh rauskomme könnte ich ja noch töten weil wie geil you have no half gold bar habe ich ja wirklich fünf gold waren gefunden und habe ich den alle gefunden so war doch kinderspiel für mich okay der balken ist nämlich okay aber egal fünf goldballs von zuvor 159 killdorf 173 muss man auch in der gegner gewesen sein in den secrets die ich gefunden habe deaktivieren schön wie ich mir das spiel gleich wieder rausschmeißt warum auch immer scheißspiel vier steckt immer so eine scheiße vor so tresorraum der staatsbank deaktivieren für den generator der bank und die unteren hochsicherheit trakte zu erreichen sie benötigen codes für jeden sicherheitstrakt schnappen sie sich so viel gold wie möglich und fliehen sie durch das alten geheimhausgang der bank und wieso gehe ich nicht direkt durch den geheimen eisgang rein wer das nicht irgendwie kürze nur ein bisschen cool gott so tschüss ich habe glaube ich ein gegner kreis gold zerstörer ist silber kann ich es mitnehmen wo bin ich hier um sein gekommen durch die wand hier oben code und frisarschlüssel so ich habe das gefühl ich bin hier nicht ganz erwünscht ich weiß nicht sagt wegen so ein gefühl ich habe nur level 1 pulser deswegen schieße ich auch so schwach ach so feierabend ruhe und kaputt jetzt laser werden woanders ausgestattet hab ich mir fast schon gedacht solaris hauptsache es trifft mich vorher nochmal ne aber warum muss ich die aufschießen ball baum allbrokkoli weil es halt so ist halt die fresse und spiel spiel das spiel ohne auf rein zu stellen wo kommst du denn her wunderbar wie es jetzt wieder steht und ich immer noch nicht weiß warum ist nur in diesem spiel was macht scatter da ist ja noch einer gekommen ich komme voll in dein gesicht mit meiner rakete moment das klingt irgendwie falsch ach egal oh was ist denn hier kaputt ich würde mal sterben ach leck mich das lief eben aber besser und warum läuft es jetzt so schlecht wessen schuld ist das? genau Delfinius schuld so ab geht's was war das schon wieder was war das schon wieder das wäre nur wenn ich das ding aufsonde oder ach da die erscheinen in allen vier ecken deswegen hat mich gestorben das schild nämlich auch mal mit so weiter geht's das war da lang das war da lang so und so schön die schalter um den generator auszuschalten solare das kannst du nicht ausweichen oh ich hab nur ne muck haha dummer idiot boah ist das lau das nervtvoll ein bisschen zumindest soll denn hier die schalttafel sein? das ist auf dem Fall ne Panzer wirst du die schalttafel? naja so ne Falles am ende wieder so über Powered Tracks Endgegner kommt ha 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 ähm wow wow ist ist überhaupt nicht laut hier bin ich glaube ich falsch ah ich geh mir grad weg ich hab mich auch in Luft aufgelöst dann fasst es ja hauptsächlich bin von diesem nervigen Geräusch weg ist ja grausam ich hab immer noch 3 Laie lief es ja es hat sich voll gelohnt das aufzusammeln so jetzt machen wir das erstmal alles auf bumms ja ich weiß ganz toll und ich hab noch Nitro das heißt Nitro das gibt deutsch oh oh boah was so na hier Panzerung ich sitz doch nur auf nem Motor auf nem Triebwerk und auf ne steuerknüppel hat sich voll gelohnt das mitzunehmen aber so richtig voll aber so richtig voll ich seh ja gar nichts mehr mann bin ich denn jetzt naja jetzt steht das scheiß spiel schon wieder kackdreck spielen ist hier bleib doch einfach mal offen du kack Tür so endlich so jetzt nehme ich auch noch alles mit so ist da noch irgendwas nein nein so gut ich speichern kann dafür lege ich nicht so viele Leben haben naa fick dich ich kann doch nirgends wo hin ausweichen so hier ist gar nix schön pfff ui naa nicht stehen bleiben cool ich hab 100 davon so ich kann nicht mal die Goldbahn mitnehmen wie toll ist das denn ich hab mich schon gefragt wo die Gegner bleiben naa nach unten oben nach links nach seitlich rechts oben unten mittig hallo hallo achso ich kann ja nicht mehr mitnehmen ach so war es das jetzt dann das noch schielt und da geht es jetzt rechts wahrscheinlich wieder raus was ehrlich ich will es immer wieder stehen bleibt ich nicht mal ein Muster weil ich ihn erkennen kann tsch so ganz oben ist keins tschüss 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 Munition, Munition hab ich schon was reimt sich jetzt bin ich wieder auf der anderen Seite schön was auch immer äh war das schon die ganze Zeit? so, jetzt gehen mir die Möglichkeiten aus ich flieg nochmal zu meinen Freunden laut Reaktor vielleicht das ist das Steuerpult oder? das ist nicht so genau definierbar was hier das Steuerpult ist sieht alles irgendwie gleich aus für mich sehr gute Idee ja, ich hatte ja kurz vorher gespeichert nehme ich mal an vielleicht nein, naja, kurz vorher ist es wieder sehr relativ da komme ich nicht rein nein und wir fliegen mal da ruf und nein, da kommen wir definitiv nicht durch da irgendwas übersehen Goldbahn eine Rakete was macht die? klärt mir das doch mal mensch 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 nichts, nichts, nichts nichts nichts, nichts, nichts das Spiel steht oh mein Schutzschild ist mal wieder weg hey, wir haben ganz was Neues aber da ist ja gleich ein Neues da ist noch mehr da ist noch Gold da ist nichts da ist noch mehr Gold da war ein Feind da war noch ein Feind ich bleib beim Pulsar Feuerwand deaktiviert, Baby ich hab's voll drauf oh, ich hab noch mehr von dem Emerald F-Raketen oh, jetzt hab ich keine mehr naja, ganz tolles Thema alles tot dann kann ich ja weiter fliegen nur nicht anhalten Mensch haha, wie ich dich ausgeweicht bin ich hab voll das kommen die immer wieder alle her, wüsste ich gern mal das ist ja noch was geht's doch zurück zum Anfang, oder? oder war da die ne, da war die Feuerwand, stimmt theoretische Frage ist das der Reaktor da hinten offline? nein ja, kann man das da hinten ein Reaktor nennen das Ding, das Blitze verschießt und ich hab vier Orbit-Kugel-Dingsbums da damit macht man deftig Schaden und Munition, ey damit hau ich ja noch mehr rein als mit Orbit-Kugel-Dingsbums da Schaden-Dinger was war denn das? gucken wir erstmal in die Löcher Generator deaktiviert, hey da haben wir Energieaufladezone oh ich hör's schießen, aber ich seh nix ach, jetzt seh ich was wollen wir doch mal hier ordentlich ins Wasser schießen und ordentlich daneben auch weil sonst wird's ja langweilig jetzt aber lockst doch langsam mal schön wenn du sterben würdest besten Dank und was meint ihr mit geheimer Energieaufladestation? muss ich das jetzt verstehen? gibt doch gar keinen Sinn wir haben den Tresor und das ist irgendwie gefunden ach, ich steh rum das erklärt einiges oh, ich hab schon wieder woher ich dich jetzt auf einmal her? wieso weiß ich davon nix? wieso stirbst du nicht mal? du bist doch wo war's denn du? naja, ich hab ja noch Leben tschüss jetzt hier schnauze, pulser, fertig gut fast, der muss noch weg oh, er gibt mir sogar noch Munition finde ich sogar von ihm nein, hier ist gar nix neu würde ich mal sagen nein, gut das ist genauso scheiße wie Dings wie Dings halt, ne? hä, hab ich dich nicht schon getötet? nö deswegen lebe ich ja noch Idiot hier schon wieder ein Panzer irgendwo rumrollen egal, jetzt erstmal kommt natürlich genau dann wenn ich den Standkanonenturm hier, äh, angreife Standkanonenturm Dings da, ne? mhm genau, so nicht anders heißt das Ding ich bin schon wieder ganz unten also wieder nach oben und es geht eiter weiter ich glaube, der ist kaputt was auch immer das ist tschüss tschüss und steh und flieg und tschüss tschüss schön, dass ihr erstmal reingeschossen habt oh, hallo das hab ich gar nicht gesehen halt, Moment das kann ich mitnehmen ich kann's auch in die Luft springen so wie alles was mir über den Weg läuft wie klebt das gold an der Deckel liegt es sich normalerweise auf der Straße ach so, Shift F12 ja, fullscreen ich muss mir bloß mal anschauen hallo ah, ich muss ich muss draufschießen natürlich wenn ihr mal ein Safe öffnen wollt draufschießen das ist ja ein toller Schatz ein Schlüssel und noch mehr Geschütze ja, genau was ich in meinem Safe lagere ein Schlüssel und Geschütze die mich dann erschießen wenn ich ihn öffne komm schon dreh dich im Tresor liegt der Tresor Raumschlüssel ähm, ja das ist der Tresor Raum okay der Tresor davor der ist nur zur Dämmung ist nur zur Dekoration wollte ich sagen irgendwann mal du musst noch sterben du musst sterben das Spiel muss stehen stirb stirb doch bevor die Munition ausgeht ich will da jetzt auch nicht einfach reinfliegen weil ich weiß ja wie das endet aber Grundmangel der Möglichkeiten von dein Gesicht ja, Herr Schüchel löst sich doch ständig auf er besteht aus Lösungsmitteln ich geh dann mal noch mehr jetzt kommen die Rothaarigen ich hatte mal ein Schutzschild einen Schutzschutzschild einen Schutzschutzschild Ach, Fick dich! keine Munition mehr ich könnte kotzen gut letztes Leben damit muss ich es jetzt schaffen natürlich erstmal den da hinten töten und die Tür bleibt offen ich stecke hier irgendwie in der Tür gerade fest naja Tür komm her geile Sau was da? ich hab doch voll reingeschossen leck mich spiel leck mich leck mich sch Jax, poor s***.